Die Idee kam mir, während meiner Werkstudenten-Tätigkeit als Schädigungsbekämpfer. Schnell konnte ich fragen. Wir wollen mit Maschinen und mit Software genauso integrieren, wie wir mit unserer Familie, unseren Freunden zackieren, nämlich in natürlicher Sprache. In Zeiten der Digitalisierung und der Elektromobilität wollen wir eine Unie-Datenwesen-Kinderwagen kreieren und entwickeln. Er soll elektrisch sein, er soll digital und autonom sein. Was nicht so ist, ist die Reise. Aber es ist ziemlich günstig und wir wollen es monetisieren. Unsere Lösung ist eine Plattform, die mit Menschen, die etwas anderes brauchen, mit Reise und Schädigungsbekämpfers. Auf Wiedersehen. Gelächtert! Untertitelung des ZDF, 2020